Ja? Ja, klar. Das ist gut, dass du siehst, genau. Komm ich nicht rein. Dann füllen wir einfach so, dass wir jetzt heißen. Ich bin Müll und dann komm ich da rein. Alles klar. Was ist, was ist, dass ich nicht mehr. Das ist jetzt nicht so, dass ich nicht mehr. Das ist nicht so, dass ich nicht mehr. Das ist, ne? Ja, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte. Das ist eine Branche, den habe ich von Gerd Budda bekommen. Das ist ein Infusionsrausch. Das heißt, da fehlt das Rad. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Gerd das Rad abhat, aber da ist das Rad perfekt auch. Genau. Das machen Sie da jetzt. Aber